Wir haben eine Menge Erfahrung, was das Flyer verteilen anbelangt und wir beraten den Kunden. Unser Ziel ist nicht nur, dass wir diese Flyer verteilt haben, wir wollen den Erfolg für den Kunden. Wenn der Kunde Erfolg hat, kommt er wieder. Wenn er keinen Erfolg hat, egal wie schön meine Worte sind, wie aufgestellt meine Flyer verteiler sind, er kommt nicht mehr. Deswegen, ich will, dass er Erfolg hat und ich kämpfe für ihn. Ich werde immer einen Weg finden, wo er es spürt. Mein Team steht, es ist da und es arbeitet korrekt. Die Flyer-Zentrale verteilt ihre Flyer hauptsächlich in den Grossstädten wie Basel, Zürich, Luzern, St. Gallen, Bern, also in den deutschsprachigen Städten. Der Kunde kann dann auch wählen, wie er es verteilt haben möchte, will es um das Geschäft herum haben. Er hat vielleicht mehrere Geschäfte, sagt vielleicht, ich will dort 20.000 verteilt haben um das Geschäft, dann in Bern irgendwie um sein Geschäft ein paar tausend verteilt haben. Der Flyer ist auch entscheidend. Was ist die Message? Was steht darauf? Es braucht beides, die Leute und den Flyer. Ich tue oft den Chef von dieser Firma beraten, ihm Tipps geben, was er am Flyer noch ändern sollte, damit er besser ankommt bei den Leuten. Also ich will einfach den Erfolg für selbst sein Geschäft, damit ich ihn als einer von meinen 350 Stammkunden zählen kann.